So, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Tutorial, wo ich Begriff erkläre, Part Nummer 3. Ich würde sagen, ich tue gar nicht lange rumreden und fange direkt mit dem ersten Begriff an. Der da wäre OP. Das ist abgekürzt für overpowered, beziehungsweise zu stark. Das ist, wenn ein Held so wie er ist, einfach gerade zu stark ist und spielerisch schwächer gestaltet werden sollte. Da sollte man nicht verwechseln mit Overfarm. Jeder Held kann sehr stark sein, wenn er nur mit genügend Farben unterwegs ist. Aber zum Beispiel nehmen wir Kagura, das ist die mit dem kleinen Regenschirm. Die teilt massisch Schaden aus und es glätzt sich auch noch super mobil. Das ist, was sie zum Beispiel OP macht. Dieses OP muss sich eigentlich nur auf Helden beschränken, sondern auch irgendeine Ausrüstung kann das OP bezeichnet werden oder ein Kampfzauber. Alles, was halt gerade zu stark ist, wenn man irgendwie schwächer machen würde, wird halt als OP bezeichnet. So, dann haben wir den Cooldown oder anders, die Abklingzeit. Gibt an, wie lange eine Fähigkeit oder Zauber braucht, bis sie wieder einsatzbereit ist. Seht ihr meistens einfach nur in Sekunden. Ihr könnt über Abklingzeit-Items zumindest eure Fähigkeiten ein bisschen runterschrauben. So, dann haben wir den Lifestyle, auf Deutsch Lebensraub. Gibt an, wie viel Prozent des ausgeteilten Schadensmannes Leben zurückerhält. Das bezieht sich auf normale Angriffe. Ihr könnt euren Lifestyle über Items wie Haas klauen oder die Flügel der Apokalypsenkönigin erhöhen, damit eure Bas-Angriffe mehr Lifestyle triggern. Das bedeutet, je mehr Schaden ihr noch austeilt, umso mehr Leben bekommt ihr zurück. Dann gibt es ein Spellwärm. Das ist auch Lebensraub. Allerdings ist das technisch kein Lebensraub, da man die ausgeteilte Menge nicht direkt als Leben zurückerhält, aber trotzdem dennoch prozentuales Leben erhält. Das ist ein bisschen verwirrend, weil das bezieht sich nur auf die Fähigkeiten. Das heißt, wenn da steht, dass es Spellwärm ist und, naja, nehmen wir mal zum Beispiel Ruby, das ist ja mein Main. Sie triggert keinen normalen Lifestyle von Baris-Angriffen, das geht alles über den Spellwärm. Jetzt haben wir aber Items wie die Haas klauen, die allerdings normalen Lifestyle triggern, halt mit den normalen Angriffen. Geht bei ihr nicht, wird also bei ihr erhöht und auf Spellwärm übertragen. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen. Zum Beispiel die Blutrausch-Axt, die hat Spellwärm. Das heißt, wenn ihr Fähigkeiten mit der Blutrausch-Axt macht, bekommt ihr über die Fähigkeiten dann das Leben zurück. Während ihr zum Beispiel den Haas klauen, das dann wirklich nur über den normalen Angriff zurückbekommt. Das ist vor allem wichtig, wenn ihr ADCs oder Kämpfer spielt. Ich glaube, wir müssen nochmal extra Tutorial zu machen, weil es ist ein bisschen kompliziert. Kauft euch einfach Spellwärm und Lifestyle, das geht schon. So, dann haben wir dann den Tower-Dive. Das bedeutet, wenn man mit dem Risiko vom gegnerischen Tower angeschossen zu werden, in den Tower läuft. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, da ist ein Held, der ist fast tot. Und ich habe gerade keine Minions und er läuft einfach in diesen Tower, um den Kill zu machen. Das wäre dann Tower-Diven, sowas sollte man sich vorher mit seinen Kollegen irgendwie absprechen. Gibt es auch im Chat eine Schnelloption dafür. So, dann haben wir GG, das heißt Good Game, das wäre ein gutes Spiel. Sagt man, wenn man ehrenhaft gespielt hat und das Spiel unabhängig vom Ausgang einem gefallen hat. Das wird allerdings auch häufig zum Auslachen benutzt, zum Beispiel, wenn man jetzt gerade schon fünfmal gestorben ist und einer schreibt GG, dann bedeutet das meistens, dass er sich überall lustig macht. Aber, wenn man da weiter Mobility spielt, dann wird man das irgendwann fünfmal selber merken. So, dann haben wir den MVP, das ist der Most Value Player, beziehungsweise der Spieler, der den höchsten Schnitt am Ende des Matches hatte. Dieser wird aus Kills, Toten und Assists berechnet. Die Kills zählen mehr als die Assists und die Tode zählen mehr als die Kills. Daraus berechnet sich der Schnitt irgendwie. Man kann mit 0-0-0 einen 3,0-Schnitt haben. Warum auch immer, das ist ein bisschen seltsam. Deswegen haben wir auch so oft die ADCs, beziehungsweise Charaktere, die viele Kills machen, oftmals einen MVP. Deswegen werden Tanks oftmals nicht jetzt wichtig angesehen, sind es aber. So, dann haben wir noch eine schöne klassische Beleidigung, die Noob. Die hat man vielleicht schon. So werden Spieler bezeichnet, die neu in dem Spiel sind oder sich für neue Spieler verhalten. Ist oftmals beleidigend gemeint. Zum Beispiel, wenn einer im Chat schreibt, keine Ahnung, leider Noob. Und ihr seid jetzt leider, dann meint er hat, dass er scheiße spielt und ihr halt verdammt nochmal Anfänger seid. Ob das jetzt so ist, weiß man nicht. Also, das ist jetzt situationsbedingt. Manche Flamereien war nur so. Aber deswegen weiß man schon mal Bescheid. Von der Person fern, wächst einfach die Lane. Das zögert ihr dann nur noch mehr, das ist viel lustiger. So, und die letzten beiden Begriffe. Dann gibt es den Ping. Das ist die Verzögerung, mit der eure Eingaben zählweise, also zum Beispiel Fähigkeiten, Angriffe, Bewegungen, auf dem ML-Server ankommen. Für ordentliche Spielen solltet ihr immer einen Ping unter 120 haben. Den seht ihr immer schon als Test. Wenn ihr im Startmenü seid, oben rechts, dieser kleine, grüne Balken, da tippt ihr einfach mal. Dann könnt ihr sehen, wie viel Ping habt ihr gerade. Wenn ihr unter 120 habt, könnt ihr schön, sorgenfrei spielen. Das ist vor allem wichtig, einen guten Ping zu haben, damit man schnell auf Gegner reagieren kann oder die eigenen Eingaben schnell genug ankommen. Gute Reflexe sind zum Beispiel Assassinen sehr nötig. Oder, wie ich es auch weiß, wenn wir mit Ruby, also ich würde niemals mit 150er Ping losziehen, weil ich weiß, dass zum Beispiel mein Stunt sitzen muss. Und da haben wir dann auch den Lag dazu, wenn der Ping so hoch ist, dass die Eingaben nicht mal richtig ausgeführt werden oder das Spiel hängt. Kennt man zum Beispiel mal, wenn das Spiel einfach anhält und man kann nichts mehr drücken, und das steht dann vielleicht nur noch, verbinde neu, bitte warten. Und wenn man halt schon irgendwas gedrückt hat, aber dann merkt, oh, Mist, das kam jetzt zu spät raus, das nennt man dann Lag. So, und damit haben wir für die Völker eigentlich auch schon wieder alles ganz gut abgeschlossen. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu anderen Begriffen habt oder Vorschläge für neue Tutorials, schreibt es mir in die Kommentare. Würde ich sagen, bis zum nächsten Tutorial und bis dahin. Also, bis zum nächsten Tutorial und bis zum nächsten Tutorial.